Willkommen zurück! Von Dorf Bissei bin ich bis zum Strand. Heute ohne Abspeichern. Aber das waren auch nur ein paar Monster. Und jetzt begeben wir uns auf das Schiff. Reisen los endlich Richtung... Kilika, glaube ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bom Voyage! Oh, shit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Word is that Summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Hmm. So, is Yun's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin ten years ago. Yun is the heir to a great legacy. It's tough when your father's famous. Huh? Walker's a bit lacking in the imagination department. Huh? Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. I don't know who you are or where you came from. Oh, that's fascinating clothes you're wearing. What's she doing here? Yeah! Filthy, filthy. These won't sell. All me names, not a wucker. Don't look like you've got much money, either. I've no business with you. Add him away. Who do you think you are? Awaka the 23rd. Merchant extraordinaire. Awaka the who? Don't know me? Well, not many do. Not yet. But someday, the Naimawaka will be spoken all over Spira. Say, lad, you wouldn't have a bit of kill to lend. Oh, no, 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 no. So viel hab ich nicht. Das wären, glaube ich, 2000. Nehme ich mal an. Ah, come on, tut eskert. I guess it pays to ask. Thank you kindly, lad. Fine seed money for the Awaka Merchant Empire. What about this for on us? What is this, Dustin? I'm not at liberty to talk about our plan. Let's... Restricted area. Our operation depends on this cargo. Got it. Entriebsal. Ah, das ist ein Chocobot drin. W-What the heck is that? What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about Chocobo power? Chocobos? Those are Chocobos? What? You've never seen a Chocobo? What kind of backwater island did you come from, anyway? Hmm. Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. How do you name it? Are you a Blitzmolspieler? Lalalalalalalalala La, la, la. A songwriter. Lalalalalalala La, la, la. Alles klar. Ah, das ist so cool. Okay. Ah, bist du? Äh... Äh, ja klar! Natürlich! Und jetzt? W- W- Okay... W- Okay, drehen wir mal mit in... Och nee, nein, 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 nein! Nicht jetzt, nicht jetzt... Hallo? Na, na! Raus! Oh Mann, was ist jetzt das mit dem Ball? Es schaut so aus. Ne, ich geh mit Juna rein. Der Wind. Es ist schön. Ja, du bist ein Blitzballer, nicht wahr? Von Zanarkin, nicht wahr? Uh, du hörst das von Waka? Mhm. Huh. Waka. Waka hat mich überhaupt nicht glaubt. Hm. Aber ich glaub dich. Huh? Ich habe gehört, in Zanarkin, dass es ein großartiges Stadium ist. All lit up, even at night. Huh? Great Blitzball tournaments sind da. Und die Stände sind immer voll. Wie wirst du das? Ein Mann namens Jekt hat mir gesagt. Er war mein Vater's guardian. Er war mein Vater. Er ist Jekt. Oh! Amazing! Amazing, ja. Ich bin nicht so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Und die . Ich bin so. Entschuldigung. Er ging nach Hause für Training einen Tag, und nicht zurückgekehrt. Und niemand hat ihn dann gesehen. Das ist der Tag, Jekt kam zu Spira. Aber... Es ist wahr, dass ich den Jekt erst zehn Jahre und drei Monate erinnert. Ich erinnere mich, das war der Tag, mein Vater. Der Tag passt, nicht wahr? Ja, aber wie kommt er hier? Du bist hier? Du bist nicht?